Sonnenbrand. Sonnenbrand ist die Schädigung der Haut durch übermäßige UVB-Strahlen der Sonne. Sonnenbrand ist also die übermäßige Sonnenbestrahlung. Es gibt verschiedene Grade des Sonnenbrandes. In den leichten Fällen kommt es zur Rötung der Haut. In noch stärkeren Fällen kann Sonnenbrand verbunden sein mit Schwellungen, mit Juckreiz und Schmerz. Sonnenbrand kann sogar zu Brandblasen führen. Es gibt bestimmte Hausmittel, die auch noch Schädigungen können. Letztlich gibt es in der Apotheke Mittel, die bei akutem Sonnenbrand helfen können. Manche Menschen hilft auch Teebaumöl, paradoxerweise, denn eigentlich ist ja Teebaumöl etwas Scharfes, aber manchen Menschen hilft Teebaumöl bei Sonnenbrand. Anderen helfen verschiedene Medikamente der Pflanzenmedizin. Letztlich ist es wichtig, dass man nicht zu lange in der Sonne ist und dass man Sonnenschutzmittel nimmt mit ausreichendem Lichtschutzfaktor.